Ach, geht schon los? Ja, geht schon los. Ach, wir haben schon versucht. Ne, haben wir noch nicht. Steht noch 749, sind 749. Was spielst du gerade für eine Klasse? Übernimmt die Kontrolle über die Ziele des Feindes. Er gewinnt die Oberhand in dieser Schaaf. Oh, ich bin tot. Ich bin tot auf dem Boden, ey. Ich auch. Kann man nochmal einen scheiß Sitzplatz wechseln? Du nicht. Ich renne jetzt wie ein Blut, verlock deinen Panzer hinterher. Wir haben jetzt wieder gesichert, um den Kampf zu kontrollieren. Ich wollte wissen, wie man Platz wechselt. Die Farbe. Ich wechseln den auf X. So, wo sind sie denn hier alle? Oh, fuck. Ha, rechts daneben geschossen. Aber eigentlich will ich den Jungen machen. Ja, kein Sanitäter in dem. Hier am Haus ist einer. Ich bin tot. Warum? Warum hätt ich immer getroffen? Bist du tot? Nein, du hätt ich immer getroffen. Nein. Wie ist das gesichtet? Von wo? Hier ist irgendwo noch einer. Keine Ahnung. Okay. 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 Ach, da war sofort einer. Wo? Er liegt unten. Da hinten. Da ist er. Da läuft er. Ja. 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 Doch. Ich habe ihn gemessen. Ich sterbe. Genau in dem Moment, wo ich dahinter stehe, wo ich einmal einen richtigen Kill machen kann. Hier kann man springen. Ja. Ja, so. Willkommen zurück, Soldat. Bist dein Engel. Danke. Noch mal zu C. B. 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 Oh Gott. Das ist schon die Tiefkammer. B. Ah, hier ist da unten. Ja, in D wird er gerade eingenommen. Den gleiche ich mir hier. Ich bin alleine bei B. Kann das sein? Wir haben Ziedora verloren. Wurde gesichtet. Ja, okay. Ach, wir haben B. Eingenommen. Ah, da oben wird das auch angezeigt. Was? Ah, was wir haben und so. Ja, das war schon immer so. Ja, du schluss. Ich gehe mal zu A. Ist das B verlieren wir gerade, oder geht nicht? Ne, wir verlieren A. Ja. Ich wurde von irgendwo beschossen. Von hinten? Ja, hinten von C wirst du beschossen. Wird eben auch getroffen. Hä? Wir haben Ziel Anton verloren. Vorwärts in der Weckung! Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Ich sterbe! Vielleicht ist ja einer näher. Ich glaube nicht. Da liegt auch einer! Ich sterbe! Ich muss nicht so schnell umdrehen. Ab zu B. Aber B wird hier wieder von uns eingenommen. Mann. Ha, wenn man mal viel zielen könnte. Wäre dann alles viel leichter. Ich sterbe! Pass auf, da ist einer. Ganz hinten durch. Hinter dem Waggon. Ich bin verletzt! Hilft mir jemand? Warte mal da. Ich habe ein Leben verloren. Das geht ja ab. Mein Schuss tut mir gerade ein bisschen müde. Ich bin hier ziemlich heiß. Höchst mir! Von wo werde ich betroffen? Mann! Und wo? Der liegt da sofort. Wo denn? Ja, ich bin tot. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja, vor allem du hast doch schon vor mir gedacht. Ich bin getroffen! Hilfe! Was? Du hast gesagt, du bist tot. Aber da hatte ich den Gegner einfach nicht gesehen. Du hast doch gesagt, ich bin tot. Und dann habe ich gesagt, du bist tot. Ja, aber ich habe gesagt, ich bin tot, äh, danach. Nachdem ich ihm gesagt habe. Was? Ja, bei mir war das so. Also ich habe gesagt, du bist tot und dann bist du erst gestorben? Ja. Also bei mir ja. Ah! Ja. Ah! Aufpassen! Wir verlieren Zielwerfer! Das ist ja komisch. Ja. Ah, ich bin von hinten getroffen. Ah! Wir haben Zielwerfer verhoben. Wir haben Zielanfall eingenommen. Fahrt auch nicht jetzt weg. Also wie kann man den Platz nochmal tauschen? X. Ah. Digga. Ja, bleib, warte. Was ist das für eine Scheiße? Was? Der steht vor mir. Also ich bin irgendwo im Dunklen. Ich bin im Haus irgendwo im Dunklen, so im Keller. Und dann kommt einer rein und ich dachte, es wäre ein Gegner. So, und ich wollte den Messer, weil der vor mir war. Ist nichts passiert? Habe ich mir nochmal gemusst hat? Ist wieder nichts passiert, ne? Und dann auf einmal, bumm, 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 bin ich tot von dem. Halt, steh, bin ja da. Halt, geh da. Es ist ein MeganusNext. Und dann könnte er es hier. Hmmmm Sitzt du im Panzer? Nee Als wenn Scheiße Scheiße, helf mir Ja Bringt nichts mehr Das ist eigentlich schon ein Visier auf seiner Waffe Ja Oh Wird mein Schutzalter weggekommen Ich bin wohl eigentlich nur beschossen Ich glaub die haben hinten Ich kann die Gegner einfach nicht erkennen Ich kann die Gegner einfach nicht erkennen Ich seh das nicht Wir haben einen roten Fleck oben Oder? Immer auf alles schießen was geht Wir haben viel Hemmeln Ja Wir haben vieles hier Ach hier will ich gehen Hier ist der Schlecht, wo ich mein Klaue tue. Das läuft hier gerade ab. Die haben mich schwer von hinten erschossen. Ach, das ist so fassig, dass sie immer von hinten erschossen sind. Hier explodiert einfach alles. Ja, super, mein Sanitäter wird erschossen. Ach, schade. Alle, die mir helfen will, will ich. Gute Arbeit, wir haben den Extremrecht überlaufen. Hallo. Drei Leute auf 0 Meter gerade sind. Ey, ich bin wieder da. Und ich werde von hinten wieder geschossen. Gibt's doch nicht. Immer von hinten? Ja, weil die von hinten kommen. Weil die wieder hier D? War das D? D haben. Wir brauchen Sanitäter. Die Tesa ist dahin. Meine Güte, jetzt muss ich... muss ich dreimal ins drücken, bis ich mal hier zum Fahrrad werde. Da konnte man nicht irgendwie hier die Kamera ändern. Wer ist der? Der wird ein... Der C wird eingenommen und ich sitze die ganze Zeit hier. Der C. Ich bin bei dir. Oh, nein. Ich bin bei dir. Danke, Soldat. Komm schon. Nein! Das kann doch nicht wahr sein, kurz bevor... Ist es wieder blau, ist es wieder wieder. Der Frenzermann war da! Kannst du! Der Frenzermann war da. Naaah Ich hab erst drei Kills hintereinander Sooo Jetzt wird die wieder eingenommen, wie geht das denn? Wir können immer noch gewinnen, Soldaten! Wir haben die Nora verloren! Hä? Ey Zu wenige von uns hier Ja, wo sind die alle? Gegner meinst du? Ja Ja, hinten! Von hinten wieder Ach, mein Na, Norris, ne? Danke Ich weiß, wo einer sitzt Oben sitzt Okay, hier sitzt doch keiner Halt den dümmsten Weg mal hochlaufen, ne? Halt den dümmsten Weg mal hochlaufen, ne? Ja, immer wüsst du wo die alle sitzen Wenn du die Leiter hochkletterst, ist da sofort einer Hallo! Sanitäter! Ich sterbe! Da hab ich auch mal einen von hinten drauf Da hab ich auch mal einen von hinten drauf Na Achtung! Wir haben Zilemi verloren Na wenigstens gibt es ja nicht sowas, wie irgendwelche Panzerzüge oder, oder irgendeine Lorgenskirche, Zeppelin. Ja natürlich, die brauchen einen Schuss und ich bin tot. Ist ja immer so. Du? Wie glaub ich denn eben, Digga? Ich dachte, steuere kurz nach oben und steuert. Hallo, ey, der messert auch nicht, ne? Dreimal haut er da fest, Alter, irgendwie gut. Weil der Typ direkt drin ist. Ha, nur 50 Schaden gemacht. Ah, Sanitäter! Scheiße! Scheiße, helft mir! Ja! 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 Ein. Tony, jetzt bleibt sich zurück, Alter! Ihr verliert viel Dora. Erste Hilfe! Hier! Wir verlieren die Endora, Soldaten! Erlöbster! 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 Warum nicht so? Sanitäter! Ich bin erledigt. Hilf mir! Wir haben Cidora verloren, oder? Ich glaube, ich brauche Hilfe! Ziel Emil gehört jetzt uns. Hinten! Gut, wir haben Cidora übernommen. Was? Nochmal hinten! Ach, Mann, er. Du wirst von beiden Seiten beschossen. Sieht nicht gut aus für uns, ne? Ich brauche einen Sanitäter! Oh, ich hasse das, wenn die Waffe nachladen muss. Ich hätte den so erschossen jetzt, ne? Der ist fast tot, aber dann kurz vor Hüpfen. Nein, ich steig nicht bei dir jetzt gut zurück. Nee, der ist ja auch voll. Der ist ja auch voll. Naja, ich höre jetzt nicht. Wir haben hier so eine neue Funktion. Die sind ja auch voll. Naja, wir haben hier auch schon ein paar Wände. Ich habe das nicht zu 20 Minuten? immer in 1,2 Minuten zu hoffen, Hinten! Es ist ganz gut. Was ist denn? Es kann der neue Knoll? Der Knoll ist ein Energie. Der ist ganz Vorteil von der Knoll ist. Die Knoll ist ein paar Lebewesen. Hm, ich bin wohl außerhalb im Bereich. Hm, ich glaube ich bin tot. Ja, ich wollte halt wieder zurückgehen. Na, von hinten? Nein. Alarm, wir verlieren Ziel Anton. Ich bin total avec vous. Wir haben Ziel Anton verloren. Ach, nix. Shit, ich hab dem einen Headshot gegeben, was man wissen hat, ja. Oh, da sind zwei ganz nah bei mir vorbeigelaufen, einfach. Oh, ich werd gespawnt und ich werd direkt wieder erschossen. Warum rennt der bei dir vorbei und mich erschießt der Lücke? Ich bin kein Sanitäter mehr. Scheiße. Ich bin kein Sanitäter mehr. Ich hab's nicht verletzt, ich hab's nie. Hilf mir doch! Lass dich nicht unterziehen. Ich hab's nicht unterziehen, ich hab's nicht verletzt. Ich hab's nicht mit dir. 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 Aber ich hab's nicht mit dir. wie kann das denn sein also keiner uns hier sieht da ist einer ich wurde gemessert neben dir scheiße helf mir ich brenne hier wird irgendetwas brennendes reingebunden ok kann man denn nochmal ein ziel markieren das zu nicht Was habe ich da in der Hand? Panzermine! Nein! Nein! Achtung! Sie entweder erst von Nord! Nein! 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 Mann, lauft doch hier wieder hoch. Ja, Armleuchte. Ich habe einen Kopftreffer gemacht. Leider nicht getötet. Achtung, wir haben die Zohra verloren. Gleich haben sie uns, leg deinen Zahn zu. Ach, mein. Das Spiel kann einen schon mal aufregen. Ja. Oh. Wir haben die Ziele verloren. Wir haben die Ziele verloren. Ach nee. Das ist ein Holzstrumpf. Ach, das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Deswegen ist gerade alles vor mir in die Luft gegangen. Ich habe einfach nur 10 Schaden genommen, obwohl das vor mir ist. Hier ist irgendwo ein Panzer. Ja, der steht hier vorne. Das Spiel in der Ziele verloren. Schaut. Was? Ach, der Typ versteckt sich da hin? Oh. Alle zählen. Zehn der Pfanne. Mann, ey. Oh, er sitzt in der Kammer. Rechts, dreck, rechts. Verdammt. Ich habe ihn getötet, aber ich wurde vom Sniper getötet. Ah, scheiße. Ah, ich brauche einen Sanitäter. Hilft mir irgendwer, ihr müsst mir helfen. Hm. Aufpassen, Zielanfang ist angekommen. Ja, Sanitäter. 4, 3, 2, 1 Schuss. An alle Einheiten. Wir haben hier Fäder verloren. Wer gewinnt. 1. Puh! Puh, hat man okay gemacht. Ja, natürlich, ich sterbe, du nicht. Fuck, ich glaube, ich war der Letzte. Ich wurde gerade umgebracht. Nein. Nein, das war ich bestimmt. Oh, aber knapp. Ja. Wie viel Tag bin ich angeworen? Punktstand, ne? Boah, 9er und der Top 10. 24 Kills und 19 Mal gestorben. 10, über 10.000 Punkte. Oh, ich hatte auch so ein richtig gutes Gefühl. Letztes Mal haben wir auch, letztes Mal und vorletztes Mal. Ja. Ja, oder hier Wiederbelebung. Hausverbieer Sadio Satio Ska, das Untertitel